Hallo und herzlich willkommen zur dritten Partie dieses Playoffs des MDRs FIFA 17 Moonlight Cups hier an der Stelle. Wir sind die nächste Partie und zwar Real Madrid gegen den BVB und Real war gar nicht lange und jetzt für die ersten Aktien, der schöner Schuss an der Stelle von Gareth Bale. Aber der Zeuter im Kasten vom BVB war auf alle Fälle aufmerksam. Und zwar spielen jetzt Carly gegen Panischer. Okay, also Carly auf der Selle von Dortmund und Panischer spielt hier also Real Madrid, die wir bisher in jeder Partie gesehen haben. Warum, muss ich glaube ich nicht mehr erläutern. So, Angriff. Borse macht die Chance, aber schmelzt er zwischen. Freut mich endlich mal in der deutschen Mannschaft zu sehen und ein paar vertrautere Namen an der Stelle in Aktion zu sehen. Bisher ist er aber real, deutlich überlegen. Hatten bereits in der ersten Hochkarte durch Gareth Bale in der fünften Minute und setzen seitdem Dortmund hier sehr unter Druck. Sokrates, der Grieche erklärt Richtung Marco Reus. Ersteunigermaßen mal nicht verletzen und auch auf dem Spielfeld, wer hätte es jemals für mich gehalten. Luca Modric, passt jetzt mal in die Mitte. War aber anscheinend aus, zumindest hat Bürki erst die Chance hier auf den Abschluss. Götze schafft es nicht ganz in der Stelle lieber zu behaupten, nur so mit dem Belay. Der Shootingstar des BVB in der Vergangenheit, sehr gut gespielt. Reus auf Marcel Schmelzer. Also diese linke Seite von Dortmund müssen wir im Auge behalten. Ich denke, viel Aktion wird vor allen Dingen über die Säte gehen, weil Marcel Schmelzer und Reus haben gute Werte, sind gute Spieler, sehr konstant auf allen Positionen. Haben damit die Chance, immer wieder Akzente über die linke Sätze zu setzen. Also, bisher versucht hier Kali etwas ruhiger aufzuziehen über seine Dortmunderseite. Schmelzer, jetzt mal die Chance hier auf Reus. In der Mitte war das Weigl. Aubameyang, der Superstar des BVBs mit den meisten Toren in dieser Saison, hatte somit die Chance hier, sich auch im Moonlight Cup zu beweisen. Das ist Reus, schön durch. Jetzt kommt hier auch ein Pepe vorbei. Kommt hier auch ein Kavachal vorbei, passt in die Mitte. Schmelzer, hätte die Chance zu schießen. Dreh es hier aber nicht, Dembele. Ah, gut gehalten. Na was, klärt er erstmal die Situation. Auch erstmal wieder der nächste Ballbesitz. Luca Modric, im Duell mit Reus. Beige es aus, damit die Möglichkeit hier für reale Spiel von hinten komplett neu aufzuziehen. Pepe, Modric, die Achse. Die machen es immer wieder durch die Mitte. Oh, Fehlpass von Modric an der Stelle. Trotzdem kein Ballverlust für Real. Die behaupten, dass dem weiterhin kommt der Pass nach vorne. Und Cristiano Ronaldo. Borsamer. Wieder Ronaldo, also Panischer geht hier sehr aggressiv und offensiv rein. Groß, halt einfach mal drauf. Gute Parade von Bürki. Es hätte gefährlich werden können. Bisschen höher. Und er wäre vielleicht durch den Winkel gekullert quasi. Durchgeschlüpft irgendwie. Aber Bürki sehr souverän. Parierte den Schuss. Beruhigt auch die Situation. Kurzer Abschluss hier Richtung Sokrates. Jetzt gegen Piszczek. Uh, aber der Pass ein bisschen zu offensiv bis zu schnell. Dembélé ist zwar ein äußerst flinker und ja, agiler Stürmer. Aber auch da kommt er nicht so richtig hinterher. Also es war zu schnell, zu optimistisch gespielt. Ich lasse jetzt Rehrei. Panischer. Schöner Pass nach vorne. Borsamer, der hat ein bisschen Platz. Bender hat nicht die schnellste Bender. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Bürki. Nochmal dazwischen. Ball. Geknapp am Pfosten vorbei. Nächste Chance. Pass nach innen. Bürki. Nachdem sein Teamkönig der Baller gestoppt hat, schafft es den Ball zu poppen. Jetzt viel gewuselig empfällt. Nächste Chance. Knapp links vorbei. James Rodriguez hätte da die Einzelführung für Panischer bezeugen können. Aber gut gehalten. Der Schiff von Bürki. Also Dortmund zeigt sich jetzt zumindest defensiv stark. Auch wenn offensiv bisher die Akzente ein bisschen gefehlt haben. Aber ich denke, dass Kani da im Verlauf des Spiels noch ein paar Chancen erarbeiten kann. Bisher Panischer ein wenig Spiel überlegen, was es ganz angeht. Also Weigl im Duell gegen Toni Kroos. Bender. Batra auf der linken Seite. Nochmal. Weigl jetzt im Doppelpass. Hier wird Reus. Reus hat ein paar Meter Platz, bevor Modric in den Ball hier abluckst. Trotzdem fehlpass Modric. Götze. Haben wir lange nicht mehr so gesehen. Aktuell mit Stoffwechselerkrankung. Nicht dabei. Und wir halten eben die transfertige News, dass Wayne Rooney auf. Er hat 13 Jahre offiziell zum FC Everton zurückgekehrt ist. Er ist gegen diese Stelle, wir müssen die FIFA-Daten bei uns sofort aktualisieren. Jetzt aber die Chance. Luca Modric. Zu den allen bisherigen Partien als Ballverteiler sehr gut in der Scheinung. Ronaldo. Ah, optimistischer Passrichtung Bale. Gut abgefangen, der von Mark Bar 3. Jetzt wird ja abgefühlt in der ersten Halbzeit. Geht ihr hier ohne größere Aktion zu Ende? Wir hatten die eine Chance von Real. Am Anfang eine Chance von BVB im Kopfball. Aber ziemlich knapp gehalten an der Stelle. Wir hoffen, es ist in der Halbzeit ein bisschen mehr Action an der Stelle. Also da geht es Panischer gegen Carly. Panischer mit Real. Carly mit BVB. Beide hatten ihre Chancen. Beide haben aber noch nicht die ultimative Entscheidung von der Herbeigefurt. So, Götze. Richtung Aubameyang. Dembele. Bisher noch nicht so in Erscheinung getreten, wie man sich das auf ihn gewöhnt ist. Bale. Auf Ronaldo. Chance für Real. Da ist ein bisschen Platz. Dortmunds Abwehr hinten nicht ganz so strukturiert, wie man sich das wünschen würde. Börse. Wird ja auch nicht groß ein. Aber auch Ronaldo wird größtenteils in Ruhe gelassen. Wenn sich das nicht mal recht, dass sie in Ruhe gespielt sind. Aber hier noch etwas defensiv gespielt von Real. Nicht allzu viele Spieler in der Gegend des Strafraums vom BVB. Und das sind die Absatzentscheidungen gegen Luka Modric. Und da haben wir die Chance für Bürki, den Ball hier mit dem Abschluss weit in die Gegend zu haben. Entscheid ist hier relativ kurz und sich über die Hand Richtung Schmelzer und Reus. Schmelzer wird über die Füße geholt, steht sofort wieder auf. Da der Angriff noch läuft. Schmelzer. Aubameyang. Erstaunlich weit hinten sollte er die Stoßstömerposition vorne einnehmen. Eventuell Dembelein da ein bisschen positionstechnisch abgelöst. Jetzt aber Aubameyang wieder vorne, wie wir es gewöhnt sind. Cabajal. Eine Bank auf der rechten Seite von Real Madrid. Hat mal bei Leverkusen gespielt, hat auch sehr gut Leistung gezeigt. Hat sich auch bei Real durchgesetzt, von daher völlig verständlich, warum es ein Dembelein aufgesetzt wird. Also, Götze. Dembele. Osumbe Dembele. Schöner Pass Aubameyang. Jetzt mal die Chance für Dortmund. Werden nicht aggressiv für Dorn gegangen können. Der Spiel hier ein bisschen ruhig aufziehen. Jetzt mal die Chance für Modric. Er beutet den Ball. Das ist ein Konter-Situation. Rodriguez. Schön durchgesteckt Richtung Gareth Bale. Bale. Pass in die Mitte. Kopfball mit voller Wucht. Aber Roman Bürki wirft sich dazwischen. Schön gespielt. Jetzt der nächste Angriffswelle. Rollt. Toni Kroos. Bale. Rodriguez. Pass durch. Ronaldo. Zieht er ab. Ronaldo. Durch jetzt. Und es ist drin. Da ist das Ding. 1 zu 0. Toni Kroos. Der deutsche Superstar von Real Madrid. Macht jetzt 1 zu 0. Ronaldo sich super durchgesetzt hat. Pass in die Mitte. Kroos schlenzt den Ball da rein. Schön reingegrätscht. Das Ding ist drin. 1 zu 0 für Real Madrid. Punisher. 1 zu 0 gegen Kali. Also es wird gewechselt auf beiden Seiten. 1 zu 0. Groß hingefallen. So. Dortmund muss jetzt also reagieren. Wir sind unter Zugzwang. Wenn Kali hier weiterkommen will, dann muss er jetzt offensiver spielen. Oder die Chance muss ein bisschen mehr geben. Eventuell jetzt. Kagawa. Gegen Pippe. Verliert das Duell. Ball rollt zu Kameral. Gibt in die Mitte. Verteidigung. Passt dem Ball sehr gut in die Mitte. Jetzt aufpassen. Das 2 zu fangen wäre jetzt in der Situation äußerst ungünstig. Könnte schon eine spielentscheidende Situation sein. Dembele. Schönes in Gang. Hat jetzt den Ball. Kagawa. Gegen Sergio Ramos. Wir sind den größten Unterschied. Kagawa schafft es nicht. Ball bleibt trotzdem in Dortmunderbesitz. Und Kagawa hier im Pass mit Castro. Eben auch ins Spiel rein gekommen. Der defensivige Spieler kann eventuell die Dortmunderhintermannschaft ein bisschen stabilisieren. Aber erstmal weiter nur Aktionen von Panischer. Also Real zeigt, überlegt hat, Laufweg nicht ganz auf dem Weg des Balls abgestimmt. Deswegen Ballgewinn für Borussia Dortmund. Es geht los. Kagawa. Rückpass Richtung Schmelzer. Also, das ist erstaunlich. Ich weiß noch nicht, als viel gelaufen. Nicht so viel, wie ich dachte. Aubameyang. Schön. Dembele hat ein bisschen Platz. Kann jetzt gehen. Aber Marcelo schlenzt ihn hier den Ball vom Fuß. Und nächster Angriffsmöglichkeit hier quasi für Real Madrid. Borsema vorne. Lukas Vazquez reingekommen für Borsema. Ne, Borsema noch ein Game. Ronaldo Dembele. Castro. Kagawa. Im Doppel Casimero. Eben auch ins Spiel rein gekommen. Also, vor allem im zentralen Mittelfeld werden hier die Spieler eifrig gewechselt, weil viel übers Mittelfeld geht. Da ist die Stamina natürlich nicht mehr ganz so hoch. Ah, Ballverlust. Es könnte schmerzhaft werden. Ausläuft der Borsema. Guter Pass auf Luka Modric. Der hat nicht mehr als Energie. Der ist nicht mehr so schnell. Der fällt hier bei gegen Gabagawa. Der den Ball zu groß hat. Bisschen schneller Spielerwechsel. Gonzalo Castro. Auch ehemaliger Leverkusma. Gegen sein Team. Gegen sich immer zufrieden. Teamkollegen Kavajal hier. Jetzt einmal. Rodriguez. Hat den Pass. Das Borsema. Schöner Zwischengang von Batra und Sokrates. Und damit ist das Spiel vorbei. GG well played. Also, Punisher mit Real Madrid. Jetzt zieht Kali durch. Und zieht damit eine zweite Play-Off-Runde ein.